Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3, zum 38. Part. Im letzten Part sind wir ja mit den Hafen hier rumspaziert und haben diese drei Soldaten da verhört. Aber mir geht mal besser hier lang. Da mussten wir ja die ganze Zeit so ein Gemetzeln machen, wo ich ja fast die Krise bekommen hätte. Und ich hoffe, dass es jetzt in dem Part hier besser wird. Schnellreise bestätigen. Ich hoffe, jetzt kommt mal ein angenehmer Part hier raus. Nicht immer nur so schlimme Parts. Ah, jetzt können wir auch wieder nach Grenzland reisen. Ist doch schon mal viel angenehmer. Finde ich. Können wir jetzt englisch wieder eine Schnellheiserung machen? Ich muss jetzt mal gucken. Nein. Aber wir können es markieren. Ah, das Pferd kommt mir jetzt auch gerade gelegen. So, und diesmal ist es nicht umgebracht. Zum Glück. Das im letzten Part hat mir sehr leid getan. Wir reiten uns auch mal ein bisschen schneller hier. Aber jetzt geht das schon wieder los. Auf, komm, komm. Wow. Wir konnten zum Glück noch entkommen. Wir sind ganz lieb. Wow. Ich habe das Gefühl, wir reiten hier einen Umweg. Ja. Jetzt wird es immer weniger. Zum Glück. Also müssen wir hier irgendwie lang reiten. Okay. Kreuz und quer. Müssen wir hier reiten. Das Konvoi angreifen? Das will ich doch gar nicht. Auf, komm, reite, los. Ah, fuck. So ein Mist. Toll, das ist immer wieder ohne Pferd hier. Ganz toll. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ach, nee, ey, nein. Oh, lasst mich bitte in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ja, ich bin gut. Sie haben ein Trophäe verdient. Augenzeuge. Ja, ich bin gut. Ja. Scheiße, 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 scheiße. Mami, hilfst du. Nein. Ich bin ganz lieb. Ganz lieb. Wo sind diese Trex-Fiescher? Es wird ja immer schlimmer, ey. Hier muss ich dummerweise lang. Leider. Ohne Pferd. Aber keine Angst. Wir kommen noch in diesem Part hin. Hoffe ich zumindest. Ganz unerfällig. Ganz unerfällig. Wir haben zum Glück jetzt nichts gemacht. Boah, ich brauche immer sieben Minuten, muss ich zum Ziel kommen. Das ist so blöd. Naja. Dadurch wird meine Biete sind immer blöder leben, wenn das so lange dauert, bis ich mir mit der Hauptmission anfangen können. Aber eigentlich macht das ja auch nichts. Da springen wir jetzt mal runter. Ja, wir sind auch schon rechtzeitig angekommen hier. Gut, das ist auch noch geblitzt. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen anders da rumlaufen. Ah, wir sind auch schon angekommen. Alter. Und hier wären wir auch schon. Missbrauchtes Vertrauen. Wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Geroza zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei. Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Was werden wir jetzt schon wieder zeigen? Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Mondes. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dir mein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird, Unterdruck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug. Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weicher scheine ich dir? Dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand. Doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Das war aber eine klare Ansage. Den alten Primärwald erreichen. Von mir aus gerne. Dann sprinten wir doch mal. Auf, komm schon, komm. Zack, zack, zack. Auf, los. Achso, es geht ja glaubens gegen Zeit. Auf, komm schon. Auf, komm schon. Auf, gib mal ein bisschen Gasherrsche. Ach, Mist. Ach, jetzt haben wir es wieder verkackt. Ach, wir haben es ja saut, Leute. Auf, steig auf, los, komm. Ach, war ja klar, ey. Mann, ich muss weg. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Der kann doch nicht. Alter. Alter. Alter, los. Los, steig auf, Mann. Ich glaub, wir haben jetzt den Cup, meine Freunde. Auf, los. Auf, los, 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 los. Los. Gibt Spur. Los, steig doch ab, los. Los, steig ab. Okay, den Booten haben wir neutralisiert. Lebt der noch? Okay. Irgendwas müssen wir jetzt noch machen, oder? Achso, ich glaube, wir haben da jemanden übersehen. Ganz peinlich, Leute. Ach nee, jetzt müssen wir noch den ganzen Weg hier zurücklaufen. Ganz schlecht. Ach, Mann, ey. Das finde ich so unfair. Ja, schafft man gar nichts in dem Part hier, ey. Auf, komm schon. Los, los, los. Aber du sollst jetzt nicht klettern, Mann. Du sollst nicht klettern. Boah, Leute, ich bin ja gerade ein bisschen angespannt und alles. Wenn ich kurz vorm Abkacken bin, dann werde ich mal so laut und so hektisch. Ich glaube, ich sollte einen anderen Weg nehmen. Schass, dass mir die Musik so dramatisch wird. Los, los, los. Ach, Leute, Leute, Leute. Ich hab's wieder vermasselt. Oh, Mann. Nur wegen diesen einen Vogel, da müssen wir zurückrennen. So ärgerlich. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich sollte dafür sorgen, dass das noch sicher ist. Auf, los, komm. Wieso kann ich auf das Pferd hier nicht draufgehen? Das ist so. Und so. Und jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist doch alles so ärgerlich. Dann überziehst du den Part natürlich wieder. Oder ich schneide es einfach raus. Uh, dann laufen wir jetzt mal wieder außen rum. Und jetzt müssen wir ja wieder einen großen Bogen machen. Aufspringen. Ah. Ich wusste, dass das passiert. Uh, 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 uh. Da ist ein Soldat. Hier will ich nicht in die Quere kommen. Ja, jetzt laufen die 500 Meter eigentlich sehr schnell. Los, du schaffst das. Ich wollte schon sagen. Wir haben es ja gleich geschafft. Nur noch ein paar hundert Meter. Und wir haben es geschafft. Ich will es ja noch in den Fels hochklettern. Auf, los, komm. Da habe ich ja ganz schön Glück gehabt. Ich will es ja nicht mehr. Ja, ich will es ja nicht mehr. Und wir müssen jetzt nicht mehr. Ja, wir haben es jetzt auch wieder geschafft Und dann ballen wir uns mal Sehr gut Und jetzt laufen wir wieder ins Dorf Jetzt können wir noch mal 200 Meter hier rennen Gleich haben wir es geschafft Gleich haben wir es geschafft Und wir haben es geschafft Wir sind endlich im Dorf angekommen Zum Glück Jetzt reden wir noch mit der Und dann bleiben wir im Dorf Und dann bleiben wir im Dorf Und dann bleiben wir im Dorf Im Dorf angekommen Schnell, ich bin hier Im Dorf und die Ich würde aber sagen, wir machen das im nächsten Part. Das hat mir wieder viel zu lange aufgenommen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind uns im nächsten Part. Tschüss, Freunde.